Irgendwo in Westdeutschland Anfang der 80er. Der hier bin ich. Und das da, das sind die anderen. Scheiß Hippies! Verdammtes Gesockse! Irgendetwas musste sich ändern. Tote Hippies! Es geht wieder bald! Also, ab nach West-Berlin. Tretet einen in den Dschungel der Lust. Ich bin Pleiter. Du kannst hier putzen, wenn du Geld brauchst. Okay. Die wichsen hier wie die Weltmeister. Ich komm kaum nach. Das ist nichts für mich. Ich bin Künstlermann. Aber in Berlin war Geld kein Problem. Außenwand Zuschusspauschale. Kölnungsmittelpauschale. Das macht 1475 Mark. Und es gab noch viel mehr zu entdecken. Rainer, ich will dir meinen Freund vorstellen. Ernst, du mir bringen eine richtige Schweinsbraten? Yes. In between good and evil. Ich bin jetzt Frontsinger in der Band. Wie heißt ihr? Ja, nah, fucking Bastards. Dieser Song ist der CIA-Gewinn-Band. Einen Wodka, bitte. Könnte ich vielleicht einen Wodka bekommen? Jetzt hast du mich aus meinen Gedanken gerissen. Entschuldigung. Wir waren jung. Wir waren jung. Ich will Ficken und Drogen nehmen. Wir hatten nur Scheiße im Kopf. Wenn du Geld brauchst, dann musst du zu deinem Vater gehen. Und es war herrlich. Wer sich erinnert, hat nichts erlebt. Kennst du den Spruch nicht? Nein. 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 So, wir müssen zum Sozialamt. Jetzt? Ja, Mann. Wenn nicht jetzt, wann dann? Ja, Mann. Nein. 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 Vielen Dank.